Die Motorjournalisten Andreas Werner-Dick und Johannes Böhm in der neuen U2-Endstation Seestadt beim Start zum Wiener U-Bahn-Weltrekord. Das Ziel, eine Netz-Komplett-Befahrung. Alle Linien, alle Stationen, ohne Pause und ohne Unterbrechungen. Angeteilt wird eine Zeit von unter fünf Stunden. Also die Gefühle sind ganz gut. Ich habe mir noch einmal den Plan angeschaut, was wir uns vorgenommen haben und wo wir umsteigen müssen. Das erste Mal umsteigen passiert dann bei der Endstation von der U2 am Karlsplatz. Da geht es in die U1 und da fahren wir dann Richtung Räumenplatz weiter. Aber ich weiß auch, dass es ein langer Tag werden wird. Hoffentlich ohne Komplikationen und ich freue mich auch schon auf den Nachmittag. Andreas Werner-Dick ist in Wien schon zweimal zur Rekordfahrt angetreten. Nun ist Anfang Oktober das U-Bahn-Netz um 4,2 Kilometer verlängert worden. Daher muss auch eine neue Bestzeit her. Die Rekordfahrt im verlängerten U-Bahn-Netz verläuft problemlos. Bis auf eine knapp verpasste U-Bahn in Ottergring und eine wenige Minuten dauernde Betriebsstörung auf der U4 kommen die sportlichen Öffi-Fahrer gut voran. Unterwegs steigen immer wieder Journalisten zu, was die Reise etwas kurzweiliger gestaltet. Andreas, wir sind jetzt in der letzten U-Bahn. Wir haben es fast geschafft. Wie fühlst du dich? Bist du jetzt noch nervös oder hat die Anspannung inzwischen nachgelassen? Die Anspannung hat jetzt nachgelassen, weil es kann eigentlich nichts mehr passieren. Wir haben die schwierigen Umsteige-Vorgänge gut absolviert. Es ist eigentlich im Großen und Ganzen nichts schiefgegangen. Und jetzt hat sich die U-Bahn auch schon geleert, weil dort bei der Seestadt ist ja noch nicht so viel los. Wir haben viel Platz für uns und für unsere Interviews. Also ich bin sehr zufrieden. Und ich glaube, wir werden das auch schaffen, dass wir unter den fünf Stunden bleiben. Du hast mir zuerst verraten, dass du das Rauchen auch aufgehört hast. Warum ist das von Vorteil für heute? Beim ersten Rekord 2008 habe ich noch geraucht. Und der Kollege vom Radio, der auch ein Raucher war und ich, wir haben dann regelmäßig unsere Rauchpausen gebraucht. Die fallen jetzt weg. Also man ist deutlich schneller unterwegs und gesünder auch. Nach vier Stunden und 54 Minuten steigen Andreas Wernerdick und Johannes Böhm dann am Ziel, wieder in der Seestadt, überglücklich aus. Auch Wiener Liniengeschäftsführer Eduard Winter ist vor Ort und gratuliert. Wir freuen uns über diesen spielerischen Zugang zu unseren Verkehrsmitteln. Wir können ein bisschen stolz drauf sein. Es muss uns erst einmal wer nachmachen und wir würden die Herausforderung annehmen, wenn jemand sagt, ich kann das noch schneller. Er ist herzlich eingeladen. Und für weitere Rekordversuche ist sowieso gesorgt, denn... Wir bauen gerade an der U1, die wird im September 2017 fertig werden und dann planen wir unser Linienkreuz. Das ist noch ein bisschen weiter weg, aber wir haben noch Möglichkeiten, die Rekordversuche zu verlängern. Das ist noch ein bisschen weiter weg, aber wir haben noch ein bisschen weiter weg. Untertitelung. BR 2018